Ich will noch ne Drohner! Elektronische Gegenmaßnahme Das kannst du knicken, mein Freund Ist egal, komm Fünffachabschluss mit dem Teil! Alter! Es geht einfach nur ab grad Was ist hier los? Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal Ich habe heute die zwei geilsten Gameplays Die ich im Multiplayer bis jetzt in Black Ops 4 je erspielt Habe für euch einen Rundeabschluss bestätigt Auf Milizia, die zweite Runde ist Team Deathmatch Auf Payload, beide Runden folgten im Livestream Kurz nacheinander, war richtig, richtig geil Beides mit der KN57 erspielt Meiner Meinung nach auch Auch wenn ich noch nicht alle Sturmgewehre Durchgetestet habe, eines der geilsten Waffen im gesamten Spiel, da bin ich mir sicher Aber wirklich nur in diesem Setup Speziell mit Schnellfeuer Rasierst du auf Distanz Wie im Nahkampf extrem stark Das macht richtig Bock, also gebt euch das Setup Testet das durch Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es mal getestet habt Wie ihr damit rasiert habt Ich kann es eigentlich nur versichern Versucht es Ich würde mich über einen Daumen sehr freuen Ein Abo wäre geil Und auf Twitch könnt ihr mir jetzt auch folgen Damit ihr auch mal einen Livestream von mir sehen könnt Jetzt sage ich einfach mal Viel Spaß beim Video Bis zum nächsten Mal, haut rein Viel Spaß Mit denen du folgst irgendwie Wenn die online gehen, dass du da Blag rist Herrlich jetzt? Hm Die Map ist eigentlich eher Was für eine Titan Okay Ey, wie kann ich das nur überleben? Ich raste aus Und das auch Und den auch Ich flipp aus Oh Was geht hier ab? Nein Nicht hinter Nicht hinter mir Ey, das war doch so 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 toll So toll Wir haben die Kontrolle verloren Wir haben die Kontrolle verloren Stachel gerade zerstört Alter Nomad eliminiert Ich flipp aus Das macht gerade übelst Spaß Was Ach das sind so Weg, 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 weg Holz ist nicht kugelsicher Jedenfalls nicht so dolle Wie ich mir das gerne wünschen würde Der hat sich jetzt aber Nee, nee, der gehen wir nicht hinterher Kommst du schön Wir haben den Vorteil verloren Kannst du bitte mal den Ach Erbitte Einsatz der Konterdrohne Okay Bäm Junge Das macht so Spaß Kann mal jemand eine Drohne oder so zünden? Zum Beispiel Ich Es reicht's nicht, ich glaub's nicht Ist das geil Ist das geil Ich flipp aus Freu ich mich Na 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 Oh Du hast mich jetzt aber leicht überrascht Meiner Du oh Was ist los? Oh Gott Da ist aber richtig was los Sammelt mal meine Marken ein bitte Das war übelst toll Was ist mit euch los? Wartet ihr auf Bus? Schienenersatzverkehr oder was? Lauf Lauf Geh weg Laden Nicht mit mir mein Freund Auch nicht mit mir Geh Geh Ich kriech ein zu viel Das ist einfach nur Pornokrad Ich Drehe grad völlig frei Bam Ich musste mittlerweile schon eine Waffe wechseln Weil es so übelst intensiv ist Was ist los mit mir? Ich bin froh Ich bin froh dass ich dabei sein darf Das war Zu früh 37 zu 4 Was ist los mit mir? So Dafür gibt es einen fetten Daumen auf jeden Fall Ey die geilste Runde ever Und das auf der Map 37 zu 4 Fick die Henne Gucken wir aber noch nicht auf diese mega Runde drauf Klar Was ist los? Die letzte Kuchel wollte nicht Ich krieg dich ohne Scheiß Warum heilt denn der sich nicht? Wie dumm bist du denn? Ich hab die Tabletten vergessen Ich hab die Tabletten vergessen Wo sind sie denn? Ich muss mal kurz die Schweißpfoten abwischen Das ist ja grad Ickefui Geh weg da Mein Gott Nee Ich muss kurz mal Schlüssel spielen Oh das war grad richtig schlecht Ey Oh du nicht mein Freund Komm komm schneller schneller Oh wenn das nicht geil wird Bam Junge Weg Weg Oh wie geil dass ich das jetzt grad hab Das ist ja richtig cool Oh ne Nachladen Warum weckse ich denn jedes Mal hier? Achso Achso ihr drückt halt immer Ich auch Ich will noch ne Drohne Ich will noch ne Drohne Fünffachabschuss mit dem Teil Alter Es geht einfach nur ab grad Was ist hier los ey Ich komm nicht hinterher Ich komm nicht hinterher Du löfst zu langsam Ja mach mal schneller hier mit deinem Scheißteil Ne den challenge ich nicht Ne den challenge ich nicht Da war einer Da war einer Ach Ach Da könnte ich jetzt nisch mehr machen Ah Der Tiefli hier ist scheiße Da kann ich jetzt nicht raus Puh 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 Ist das ich selber geblendet Puh 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 dass ich das aufheben kann. Komm, wir gucken mal, ob wir uns... Na, jetzt spawnen die hier auf der Seite. Das ist doch schlecht. Wie? Wir liegen schon wieder zurück. Was soll denn das? Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Stopp. Wir wollen hier lang. Nein, und ich hatte schon Überheilung. Verdammt. Einfach zu langsam. Ich würde die Runde gerne gewinnen. Ist das ein Gegner? Nee, das ist Gulee. De, 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 de Guleen. Troft da. Feindlicher Kampfhubschrauber nähert sich. Das ist ein schlechtes Zeitpunkt. Bitte, de, de. Mann, verdammt. Was für ein... Was für ein Gunfight. Scheiße, wenn mittendrin die Munition ausfällt. Ey, haltet euch von da vorne fern. Oh, euch hätte ich so gasiert, Junge. Und schon wieder 36 fucking 11, Junge. Bei mir läuft's. Hau den doch. Ich wollte... Das war ein bisschen hektisch gerade. War das nächste Mal. Warte, ich mache Stopp. Gucke dann. Okay, ich muss bocken. Dann, doch. Okay. Ich möchte den...